Willkommen zurück. Heute geht es um beste Antworten. Wir hatten ja bereits gesehen in der Definition von Nash-Gleichgewichten, dass alle Spieler eine beste Antwort spielen müssen auf das, was die anderen Spieler tun. Das wollen wir hier noch mal etwas genauer definieren und uns anschauen. Eine gemischte beste Antwort für Spieler I auf das, was die anderen Spieler tun, also Sigma minus I, das ist deren gemischte Strategienvektor, ist charakterisiert dadurch, dass dieses Sigma I-Stern mindestens so gut ist wie jede andere Mischung, die ein Spieler haben könnte. Und da typischerweise es nicht nur eine beste Antwort gibt, sondern dass mehrere ist es also immer eine, also nicht immer, aber oft eine Menge von besten Antworten. Und diese Menge von besten Antworten, die beschreiben wir durch diese Notation Bi von Sigma minus I-Stern. Das bedeutet also, das sind alle gemischten Strategien, die eine beste Antwort wären auf Sigma minus I-Stern. Deswegen steht da ein Element, weil, wie gesagt, das könnten viele beste Antworten sein, manchmal unendlich viele, weil ja auch Mischungen erlaubt sind. Das ist also eine beste Antwort. Wenn jeder Spieler das spielt, gegen das, was die anderen machen, dann haben wir ein Nash-Gleichgewicht. Es ist aber auch so, ganz nützlich sind wir, diese besten Antworten sich etwas genauer anzuschauen und das machen wir jetzt in diesem Video. Und zwar ein Beispiel des Battle of Sexes, den wir schon öfters mal benutzt haben. Wir wollen uns jetzt hierfür die beste Antwort Korrespondenz definieren oder konstruieren. Eine beste Antwort Korrespondenz ist etwas anderes als eine beste Antwort Funktion. Eine Funktion wäre, wenn es hier immer nur eine beste Antwort gäbe, aber da wir mehrere beste Antworten haben, nennt man dieses hier nicht eine Funktion, sondern eine Korrespondenz. Und das wollen wir uns konstruieren. Da ist unser Spiel, unser Battle of Sexes, also versuchen wir das mal. Wir gehen einfach mal so vor. Angenommen, die Frau spielt auf jeden Fall B, das heißt also die reine Strategie B. Wenn ich das als gemischte Strategie schreiben möchte, dann ist das 1-0. Also mit Wahrscheinlichkeit 1 B zu spielen und mit Wahrscheinlichkeit 0 F zu spielen. Was ist nun die beste Antwort des Mannes? Nun, die beste Antwort ist natürlich in diesem Fall ebenfalls B zu spielen, also auch eine reine Strategie. Da wir sagen, alles definiert haben mit gemischten Strategien, schreiben wir das als 1-0. Das ist also die Mischung, die Wahrscheinlichkeit 1 auf B legt und Wahrscheinlichkeit 0 auf F. Hier gibt es tatsächlich nur eine beste Antwort. Das heißt, hier ist nur ein Element in dieser Menge, weil die Strategie B eben besser ist, strikt besser ist als F oder jede Mischung von B und F. Das heißt, hier gibt es wirklich nur eine beste Antwort und das ist in diesem Fall die reine Strategie B. Und das gilt, B ist beste Antwort für jede Wahrscheinlichkeit, mit der die Frau B spielt, die größer ist als 2 Drittel. Also wenn diese Wahrscheinlichkeit hier, B zu spielen, größer ist als 2 Drittel, dann ist tatsächlich B eine beste Antwort. Wenn allerdings diese Wahrscheinlichkeit genau 2 Drittel ist, das heißt also, wenn die Frau mischt und spielt 2 Drittel B und mit 1 Drittel spielt sie F, dann sehen Sie, dass der Erwartungswert von B und von F für den Mann genau gleich gut ist. Nämlich in beiden Fällen würde er 2 Drittel als erwartete Auszahlung bekommen, egal mit B oder mit F. Das heißt, in diesem Fall sind sowohl B als auch F beste Antworten, weil sie gleich gut sind und sie sind die besten Strategien, die der Spieler in diesem Fall hat. Aber er kann jetzt noch was anderes machen. Er kann auch mischen in diesem Fall. Nämlich wenn die Frau 2 Drittel, 1 Drittel spielt, dann kann er genauso gut auch mischen und zwar mit jeder beliebigen Wahrscheinlichkeit Q, die zwischen 0 und 1 liegt. Er kann also zum Beispiel 1 Halb, 1 Halb mischen. Das würde ihm auch eine Auszahlung von 2 Drittel geben. Oder er kann 1 Viertel, 3 Viertel mischen. Jede Mischung gibt hier genau dieselbe Auszahlung, weil die Auszahlung, die B und die F erzeugt, jeweils gleich ist. Damit ist auch jede Mischung natürlich gleich gut. Das heißt, hier in diesem Fall, für diesen Fall, wenn also die Frau genau 2 Drittel, 1 Drittel mischt, hat der Mann unendlich viele beste Antworten. Nicht nur B und F, sondern auch jede Mischung, die dazwischen liegt. Wenn nun allerdings die Frau mit weniger als 2 Drittel B spielt, dann ist nur noch F eine beste Antwort. Das heißt, nur noch dies hier, auch wiederum eine eindeutige beste Antwort. Und es gibt nur noch dieses hier, F oder eben 0,1. Okay, damit haben wir jetzt die beste Antwort-Cross-Balance für den Mann vollkommen spezifiziert. Es hängt davon ab, ob die Mischung der anderen, der Spieler, der Frau, größer oder kleiner ist als 2 Drittel. Das können wir jetzt auch grafisch aufarbeiten. Und zwar in dieser Grafik, wo wir hier auf dieser Achse dieses Sigma 2 von B haben. Das ist genau die kritische Wahrscheinlichkeit, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben. Aber nur auf dieser Achse haben wir die kritische Wahrscheinlichkeit von Spieler 1. Wir sehen also jetzt hier die rote Kurve. Das ist die beste Antwort-Korrespondenz von Spieler 1. Für Werte von Sigma 2 von B größer gleich 2 Drittel ist B eine beste Antwort. Und B ist die Wahrscheinlichkeit 1, B zu spielen. Das heißt also, wir sind hier oben. Für Sigma 2 von B kleiner 2 Drittel ist F eine beste Antwort. Oder eben eine Wahrscheinlichkeit Sigma 1 von B gleich 0. Das heißt, wir sind hier unten. Das sind die beiden Gebiete, in denen es nur eine beste Antwort gibt. Und dann haben wir gesehen, es gibt ein ganzes Kontinuum von besten Antworten. Hier in diesem Bereich, genau für 2 Drittel, da wäre jede Mischung gleich gut. Und das heißt, es gibt hier unendlich viele beste Antworten. Und jetzt sehen Sie auch, warum das keine Funktion ist. Denn eine Funktion hätte immer nur einen Funktionswert an jedem x sozusagen. Hier haben Sie jetzt unendlich viele. Und damit nennt man das eine Korrespondenz. Das wäre also die beste Antwort-Korrespondenz von Spieler 1. Und jetzt können wir natürlich auch umgedreht die beste Antwort von Spieler 2 ermitteln. Dazu müssten wir quasi die Grafik um 90 Grad drehen. Und dann schauen, wo der, bzw. wo die, denn es geht ja um die Frau, die Frau, wo sie indifferent wäre. Und wir hatten schon gesehen, das ist natürlich nicht schwer rauszufinden. Sie wäre bei 1 Drittel Wahrscheinlichkeit indifferent. Und deswegen bekommen wir hier diese beste Antwort-Korrespondenz für die Frau. Bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 Drittel, wenn der Mann also hier mit 1 Drittel b spielt und mit 2 Drittel f, wäre sie indifferent. Und ansonsten haben wir dann diese beste Antwort-Korrespondenz. Und jetzt ist es ganz leicht. Wir wollen jetzt die Nash-Gleichgewichte suchen. Nash-Gleichgewichte sind Schnittpunkte von bester Antwort-Korrespondenz. Das heißt, wir haben natürlich hier ein Nash-Gleichgewicht, aber wir haben auch hier und wir haben hier ein Nash-Gleichgewichte. BB ist klar. Das ist die Wahrscheinlichkeit 1, dass beide Spieler B spielen. Das ist also das reine Nash-Gleichgewicht hier. Dann haben wir FF. Beide Spieler spielen mit Wahrscheinlichkeit 0 die Strategie B. Das wäre diese reine Strategie. Oder dieses reine Nash-Gleichgewicht. Und dann haben wir natürlich noch das Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien, was wir auch schon vorher mal gefunden hatten, nämlich bei dem der Spieler 1 mit 1 Drittel mischt und der Spieler 2 mit 2 Drittel. Das ist das gemischte Nash-Gleichgewicht. Und alle drei können wir schön auf diese grafische Methode hier finden, indem wir einen Nash-Gleichgewicht, einen Graph der besten Antwort konstruieren. Jetzt gibt es noch eine wichtige Erkenntnis, die man ganz leicht ableiten kann, und zwar folgendes. Wenn ich zu jeder Auszahlung eines Spielers eine Konstante addiere, das mache ich mal hier als Beispiel, also hier habe ich ein C addiert, da ist ein C, da ist ein C und da ist auch ein C addiert. Das heißt, ich habe jetzt zu jeder Auszahlung eines Spielers C addiert. Was macht das mit den besten Antworten? Nun, wir können das einfach ausrechnen. Wir rechnen jetzt hier mal aus, wann ist B besser als F? Wann ist B besser als F? Gut, rechne ich mal aus. Sigma 2 von B mal 1 plus C, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Auszahlung bekomme, plus 1 minus Sigma 2 von B von C, das wäre diese Auszahlung, muss größer sein als Sigma 2 von C, plus 1 minus Sigma 2 von B mal 2 plus C, das wäre diese Auszahlung. und dann vereinfache ich das einfach und wo komme ich raus? Ich komme mit der genau mit demselben Kriterium raus wie ohne dieses C, nämlich, dass die kritische Wahrscheinlichkeit für die beste Antwort bei 2 Drittel liegt. Es hat sich also nichts geändert. Wenn ich also überall C addiere, dann ändert sich meine beste Antwortkorrespondenz überhaupt nicht. Das ist eine ganz wichtige Hilfe. Manchmal ist es einfach leichter, wenn ich zum Beispiel überall ein C dazu addiere. Tatsächlich ist es sogar so, dass es reicht, wenn ich in einer Spalte hier überall ein C addiere, nämlich nur hier. Eine Spalt, einen Spieler 1 muss es da natürlich heißen. Für den Spieler 2 wäre überall in einer Zeile dann natürlich das Äquivalente. Also hier ist jetzt überall in einer Spalte habe ich ein C addiert und jetzt kann ich wiederum ausrechnen, wann ist B besser als F und da komme ich auf dasselbe Kriterium, wieder 2 Drittel. Das heißt also, manchmal kann man zum Beispiel innerhalb einer Spalte für den Spieler 1 beziehungsweise innerhalb einer Zeile für den Spieler 2 überall eine Konstante addieren und nichts ändert sich an der besten Antwort und nichts ändert sich natürlich deswegen auch an den Nessgleichgewichten. Das Nessgleichgewicht ist unverändert. Das war's für heute.